Herzlich Willkommen zurück zu Yoshi's New Island Welt 3.7 Entkommen, dem Lippenwels. Wie gesagt, das klingt nach unter Wasser im letzten Part. Ich hoffe nicht, dass wir uns unter Wasser fortbewegen müssen. Gefährliche Gewässer, davon lauert ein Lippenwels. Vorsicht vor dem Nimmersatt. Ah, okay, ich seh schon. Hallo. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben wir den Lippenwels erstmal vorzeitig ausgeschaltet? Auch gut. Oh nein. Ich will die nicht runterrutschen. Ah, die sind böse. Stimmt, die gab es auch noch. Dass die jetzt erst kommen. Mal da rein. So richtig lange Röhren, die richtig auffällig sind, sind eigentlich immer begehbar. Ähm. Oh nein. Da 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 da. Äh. Da muss ich genau die richtige Geschwindigkeit haben. Und das mag ich eigentlich nicht so. Oh Gott. Gibt es noch eine Blume? Oder so? Gibt es hier noch was? Oder hier? Nö. Okay. Ich dachte, jetzt kommt auch noch ein Lippenwels oder so, der mich hier ärgern will. Aber das ging ja nochmal gut. So. Hallo. Nein! Wo ist er hin? Komm raus. Ich sehe dich. Ich habe Angst. Ich weiß nämlich nicht, was der macht. Oh Gott. Kommt er jetzt? Hallo? Ah! Da kommt er. Okay. Oh mein Gott. Okay. Glück gehabt. Gehst du in die... Ähm. Danke. Will er nicht in die Röhre rein. Hallo? Something here? Okay. Ähm. Ach ja, klar. Ich will mal hier hoch. Geht nicht. Ah! Wie komm ich da hoch? Ich will da hoch. Gibt es hier irgendwie was? Ah! Ah! Aha! Hilfe! Okay. Ah, warte mal. Ich sehe schon, was da auf mich zukommt. Ich glaube, da muss ich mit einem großen... Ei. Geh mal weg. Ah! Wie fies das ist. Aha! Hallo, Pixies. Na, was geht? Könnt ihr euch mal gegenseitig irgendwie anrollen? Danke. Oh Gott! Dieser Stress! Was ist denn hier? Bin ich auf einmal in so einer... Äh... was? Ah! Gemein! Ah! Ah! Da bist... Da bist du ja mein Metall-Shyguy. Mein metallischer Freund. Oh, was? Die fallen ja runter. Da, 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 genau gesehen. So. Kann ich damit eigentlich auch springen? Ja, war schwer nur. So. Jetzt müssen wir hier time. Guten Tag. Einmal zurücklaufen. Oh nein! Warum springe ich? Und Wurf! Oh, ist... nein! Muss ich das Ganze nochmal machen? Ach, komm, egal. Will ich das sonst schaffen sollen? Wie hätte ich das sonst bewerkstelligen sollen? Egal. Wir gehen raus und lassen die Blumen Blumen sein. Ich möchte jetzt nicht nochmal den ganzen Weg laufen. Hallo, Welzi! Nein! Ich will dich eigentlich erst abwerfen, bevor du abtauchst. Bist du jetzt wieder da? Jawohl. Tut mir ein bisschen leid, Welzi. Nenne ich jetzt einfach Welzi. So, Schlüssel habe ich nicht. Traurig aber auch nicht. Traurig. Ich werde einfach hier auf den Bäumen stehen und hoffen, dass hier der Schlüssel rauskommt. Nö! Noch ein Wels. Mann! Wird ja nicht immer der gleiche sein. So, was ist denn hier mit Schlüssel? Schlüssel? Der guckt so geil. Also muss man... Aua! Erwischt der mich? Aha! Da! Okay, Moment. Gehe ich hier noch irgendwo Eier? Ne, ich glaube ich kann das mit den Schlüssel vergessen. Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! So, sogar alle Münzen gesammelt. Gut, dann gehen wir einfach raus. Ich habe nichts bekommen in dem Level. Aber ist mir egal. Die Welze machen mich nervös. Ah! Hey. Okay. Ba 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 ba. Gut, dass ich nicht gesagt habe... Also gut, dass ich es nicht vor hatte 100% zu machen. König Scheren schufts Schloss. Dann kann ich mir ja schon denken, was für ein Boss da kommt. Äh, die haben wir ja schon gesehen, die Scheren-Schufte. Oh, Wasser. Stopp! Mensch, diese Reaktionskünste manchmal. Wo holst du die Shy Guys her? Ich möchte das gar nicht wissen, glaube ich. Aber man kennt dich auch aus Yoshi's Island. Was machst du eigentlich, wenn ich voll bin? Nix mehr. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Er stirbt einfach nicht. Er bleibt einfach... Okay. Und dann wächst er wieder. Okay. Dann wachse halt. Wächst er mit jedem Shy Guy? Tatsache. Und wenn er nichts mehr zu tun hat, hört er auf. Okay. Und wächst einfach. Huck. Hätte ich eigentlich nicht machen brauchen, aber da hier ein Eierspender ist. Umso besser. So, was haben wir denn hier noch? Aha. Münzen. Sogar rote Münzen. Okay. Ich wette, unter dem Ding wäre auch noch was gewesen. Wenn man irgendwie unter das Wasser da runter herkommt. Das sind die Mini-Shy Guys. Die lassen immer die Bombe da fallen, wo man gerade steht. Uh, so erwischt. Zu gut. Ich bin einfach zu gut manchmal. Oh Gott. Das war knapp. Und da möchte ich nicht... Wait. Nein. Dabei springen ist gar nicht so einfach. Da hab ich mir bestimmt ein Secret versaut. Ich möchte aufhören zu werfen. Aber komm. Dann halt nicht. Unten wäre bestimmt eine Tür gewesen oder so. Oh Gott. Schieb, schieb. Da lass halt fallen. Hock. Hilfe. Ah. Da erwischt er mich doch noch. Okay. So. Ist hier noch was versteckt? Nein? Okay. Oh Gott. Dieser Stress. Hallo. Eier. Nein, geh weg. Weiche. 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 Ich wusste, dass da was ist. War einfach zu gemein. Hier nix hin zu packen. So. Gib mal Eier. Ich hab jetzt zu viel Eier wieder verbraucht. So. Ich hab's genau gesehen. Da ist was. Sternis. Jawohl. Alle mega verteilt. Alle mega verteilt. Oh Gott. Ihr seid ganz schön unfair, wenn ihr so rumhüpft. So. Bist du denn? Von den Ninja. Weiche. Gehe. Weg. Von mir. Oh. Mehr geht nicht. Hier ist irgendwo noch was versteckt. Jawohl. Und. Sterne. Sechs Münzen. Eine Blume verpasst. Ich wollte sagen. Vier Blumen. Aber wir haben ja vier. Ich find die knuffig. Guck zu unschuldig. Es ist langsam an der Zeit, dass du aufgibst. Sonst wird das gleich ganz schön zwicken. Das ist wieder der lila Neyoshi. Tatsächlich. Der lila Neyoshi darf immer die Bosse machen. Hi. Du siehst flauschig aus. Kann ich dich ablecken? Geht wirklich. Aha. Hilfe. Wahrscheinlich blubbert der sich jetzt einen neuen Anzug. Oder rastet aus. Auch eine Maßnahme. Gib mir Eier. Ah. Lass dich doch nicht überrennen. Du bist nackig. Schämst du dich jetzt wieder ein bisschen? So. Hier. Lass mal. Lass mich mal gehen. Ich mag Donuts, die man austricksen kann. Wuuu. 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 Das ist nicht gut Yoshi. Du schluckst. Zu lange. Wuuu. 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 Tschüss. Tut mir leid. Aber auch du gibst ein schönes Feuerwerk ab. Wuuu. 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 Ab in Welt 4. Glückwunsch. Danke. Blasenballett. Gehen wir mal rein. Und der grüne Yoshi darf die Welt ja mal beginnen. Alles fair aufgeteilt. So. Blasenballett wahrscheinlich. Ja. Kann man drauf hüpfen. Okay man sammelt die Münzen wenn man drauf hüpft. Das war jetzt meine Sorge, dass dem nicht so ist. Und wenn ich sie anlecke, platzen sie. Okay. Das war ganz schön gemein. Mit den... Hallo? Habt ihr diesen Stern gesehen? Der ist voll in Zähnen gegangen. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Gott. Was sind das da für Viecher? Insekten. Tun die mir weh? Ah. Oh Gott. Hilfe. Moment. Nein. Ich wollte die rote Münze haben. Ich war gierig. Ich bin auf dem Ballon gelandet. Ernsthaft? Oh, wie gut. Frage ist, wann gibt der Ballon auf? Kann mir nicht vorstellen, dass der ewig hält. Könnten wir jetzt mal hier darüber reden, dass wir diesen... ...den da kaputt haben wollen? Könnte jetzt auch die entsprechende Luftplattform dafür erscheinen. Hallo. Wie wär's mal? Danke. Sind hier noch rote Münzen? Nein. Oh Gott. Hilfe. Das Spiel macht mich fertig. Hallo? Oh nein. Bullet Bills. Kann man essen. Bringt vielleicht ein bisschen so... Oh Gott. Bringt vielleicht ein bisschen Sodbrennen. Aber wird schon klappen. Nein. Was mach ich denn? Oh, ich hab's verkackt. Ich geh wieder. Und noch mal rein. Man darf nämlich nicht runterfallen. Eigentlich müssten da drei Ballons sein, ne? So links, rechts, Mitte? Theoretisch? Ah, kommen jetzt keine neuen mehr. Ich hab sie da oben schon wieder fliegen sehen. Doch, da kommt doch ein neuer. Norm. Die grüne ist schneller. Eigentlich nicht. Ist immer nur der schneller, wo ich gerade nicht drauf bin. Okay. Alles geschafft. Alles gewonnen. Jawohl. Und. Jawohl. Oh mein Gott. Die gucken so glücklich, die Ballons. Kann man nur so glücklich gucken. So, gib mir das. Und jetzt wollen wir hier nicht doof runterfallen, ne? Wär mir eine Ehre. Egal. Ich will hier weg. Der hat ein Run-Up dabei. Egal. Egal. Ich hab 73. Das muss reichen. Meine Güte. Was ist ein Stress? Kommen wir hier rein? Ja. Hallo, meine lieben Luftblasen. Das ist cool, wenn die so platzen dürfen und so. Man kann sich auch ordentlich vertun. So wie ich gerade. Und ist genau dann die Münze, die man verpasst. Also die Münze, die man verpasst, ist natürlich immer eine rote. Oh Gott. Oh Gott. Oh hi. Moment. Bier, du hast Sterne in dir. Ne, ein Schlüssel. Oh Gott. Das war gut. Ja, danke. Super nett. Aber wir haben ja einen Checkpoint gehabt. Äh. Lass ich mich treffen. Das war aber auch selbst schuld. Da wollte ich wieder zu viel. Da wollte ich zu viel. Ich will immer zu viel. Hopp. Boing. Boing. Und ziehe so. Boing. Eh, das ist da, 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 da. War eine rote. Oh Gott. Ich will immer die Insekten essen. Ich weiß nicht. Aus, äh. Reflex. Okay, warte. Wie kriege ich das denn jetzt nochmal so cool hin, wie vorhin, dass das auch wieder passt? Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Jawohl. Nein. Trefft mich doch nicht. Geh weg. Hau ab. Mann. Shit. Oh, und das, was ich verpasst habe, ist die rote. Oder ein Run-Up. So. Ah, noch einer. Ich hab doch keine... Moment. Moment. Oh Gott. Hilfe. Gott, ist das stressig. Ich will oben rein. Meine Nase juckt. Oh mein Gott. So. Oh Gott. Oh Gott. Der Schlüssel lohnt sich nicht. Wer? Hallo. Ähm. Guten Tag. Was geht? Okay. Okay. Ich scheine alles richtig gemacht zu haben. Ich werde mit Münzen belohnt. Ich weiß, ich habe genau eine Münze verpasst. Es war auch, glaube ich, keine einzige rote dabei jetzt. Weil mir fehlt eine. Oder es ist eine rote. Nee. Ha. Dann bräuchte ich echt nur noch Sterne. Apropos Sterne. So. Oh ne. Ist schon ein Ende hier. Okay. Gibt es die Secret Exits oder was? Aber das war doch jetzt ein optionaler Exit. Finde ich nicht so geil, wenn es jetzt... Äh. Ne? Ha. Ich wäre der erste in Welt 4, den ich finde. Ich glaube nicht, dass das dann der erste wäre, der hier existiert. Okay. Es scheint keinen Secret Exit zu geben. Gut. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part zur Poke-Patrouille. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.